ein wunderschönen guten morgen oder auch guten tag willkommen zum neuen part wir freuen uns neuen part von let's play mario party super mario party genau ja willkommen ich freue mich darauf und es geht sofort los also viel spaß damit auch heute spielen wir einfach mal ein paar minispiele und habe ich mir gedacht also erst spielen wir ein paar minispiele und danach haben wir auch das erste wort schon mal an also das erste lesbar das ich mit euch spielen werde als nächstes so also wir fangen an sag ich mal so wir machen heute nicht nur mit dem spiel auch auch machen wir andere also alles gut okay okay let's go now juhu da war komm her komm her die Luftmann komm her schön grüßelung muss ich nicht weiß ja gewonnen bei video genau war echt gut genau bei video alles gut so andere spielen spielen genau spielen wir einfach 1000 machen das klingt gut genau bei video toll vor guter 10 ich weiß genau bei video let's go 1 dann k k k k k Komm her. Du auch, komm her. Du auch, komm her. Du auch, komm. Komm her, Barrio. Barrio, komm her. Ha, recht gehabt. Yes, du hast... Ein fairer gemacht. Wir haben gewonnen, richtig Baby-Yo. Wir haben einen tollen, guten Spaß gehabt, das war echt toll. Das war immer Baby-Yo. So. Andersen die Spiel wählen wir, genau. Ich spüre noch das Spiel, okay? Ich spüre noch das Spiel, das ist auch tolles Spiel. Genau, Baby-Yo. Okay. Okay. An die Blöcke springen, machen wir auch. Okay, let's go now. Okay. Okay, first. Ich spüre noch. Ich spüre noch. Das war's für heute. Vollgutes Spiel. Wer hat gewonnen? Wer hat gewonnen? Wer hat gewonnen? So. Und das Spiel noch ein anderes kleines Spiel. Genau. Nämlich, wir sagen, das Spiel spiel ich. Ich glaube das wird ganz toll. Okay, let's go. Runde 1. Das Schießen spiel ist auch echt toll. Let's go now. Genau. Und wir kriegen das raus. Okay, sehr gut bei mir. Spiel sehr bei mir. Genau. Ja, ich liebe das Spiel ist echt geiles Spiel ey. Wirklich jetzt. Voll toll. Ich bin sehr. Genau. Ist auch eigentlich, ist auch eigentlich ein Glücksspiel. Eigentlich schon, das ist ein Glücksspiel eigentlich. Aber ist echt ein tolles Spiel. Macht mir auch Spaß. Wirklich jetzt, ist echt geil. Okay. Okay. Letzte Runde. Okay. Letzte Runde. Und letzte Runde. Let's go. Okay. Let's go now. Okay. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen bei Video genau. Ja. Tolles Spiel übrigens. Will ich auch ein neues Spielbrett starten. Da habe ich auch jetzt Bock drauf Leute. Dass wir dann die nächsten Pads oder den nächsten Pass dann auch da rumhängen. Also ist go now. Die starten nur noch. Spielbrett Map. Also eine neue Spielbrett Map. Habe ich auch Bock drauf. So. Äh. Wir fangen mit. Wir fangen dann weiter mit. König Bob Orms Pulver Fassmine an. Jetzt das normale Spielbrett. Wir hatten ja letztens mal das Partner Time ganz kurz. Aber ich habe jetzt einfach Bock. Darauf zu machen. Bitte. Normaler Sache nochmal. Immer bei Video ist go. Okay. Das wird toll. Das wird auch toll. Weil ich das auch schon kenne. Ich mache es gerne nochmal mit uns. Mit euch zusammen. Mit uns und mit euch zusammen. Wir haben es wieder geschafft. Abenteuer. Sehr schön. Aber ähm. Unter uns gesagt. Ist doch uns. Okay. Wir. Müssen das zuhören. Okay. Z. Einen sind da Bob Orms. Die größte Bedrohung befindet sich aber in ihrer Mitte. Das Spielbrett. König Bob Orms. Höchstpersönlich. Richtig. Willkommen. Ich möchte keine finsteren Miene in meiner finsteren Miene sehen. Ja. Aber. Ich glaube. Ganz fair sein. Also zugehört. Wenn dieser Unheil wieder Null erreicht könnte. Etwas schreckliches passieren. Ach ne. Gehen ruhig. Beim Namen. Es wird es eine gewaltige Explosion geben. Oh nein. Es wird aber schrecklich. Richtig. Genau. Ne. Regeln brauchen wir echt nicht. Regeln brauchen wir auf keinen Fall. Okay. Und jetzt habe ich Bock auf eine gute Müffelzahl. Ja. 6 war gut. Oh mein Gott. Und 6 ist echt wunderschön. Ja. Also ein 6. Geh mal bei der Video. Ganz toll. Ja. Das war echt toll. Okay. Und Sterne fangen an. Okay. Danke. Okay. So ist gut. Hier. Hier. Alle. Müssen hin. Sammelmünzen. Und. Schauen wir das. Okay. Machen wir auch. Genau. Baby. Wer sieht wohl die meisten Sterlinchen wird. Ui. Jetzt wird es spannend. Das ist doch echt. Jetzt wird es spannend. Also viel Spaß damit. Eine Runde. Machen wir jetzt schon noch. Und das war es dann auch. Heute genau. Baby. Ich hoffe mal wie es wird. Genau. Let's go. Okay. In Ordnung. Doch. Bitte sehr. Na. Ist okay. Kann man nichts machen. Ist okay. Hey. So genau. Bitte sehr. Unheimlich. Sonderheit. Wow. 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 Na go. Um. We can depend on the test. so ich spüre mich für dann ist auch ein da aus der haute für heute schauen wir schaffen gut daran zu sein genau ein bisschen gut daran sein es kann man auch boxball passiert das neue spiel das neu ich habe es mir nämlich gerade vom guten gaming den anguckt das display also das live display heute morgen und jetzt genau auch gerade glaube ich das spiel das gut ist nämlich auch ein neues spiel das habe ich noch nicht gespielt das war's neues mal für mich genau baby let's go genau ich glaube das wird mal was anderes sein genau baby aufpassen dann muss man auch eigentlich aufpassen was man macht aber gut okay aufpassen nein 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 so einfach nicht gehen wir nach oben mal okay ja okay wir sagen wir zunächst mal es war ein paar part und jetzt sage ich ja alles tschüss ja komm ich sage das nächste mal ich muss auch es los also ab geht beim nächsten mal wieder weiter schlüssig aus die jungen